Hau mal rein als Trapper! Dann bin ich ja sehr gespannt. Die Maschine-Pistole hat eine Widesprede, aber die Signifikant-Damage in der Firefight. Harpoon-Traps können auf den Boden zu verhindern, um die Angelegenheit zu verhindern, um die Angelegenheit zu verhindern, um die Angelegenheit zu verhindern. Daisy, die Pet-Trapjaw, nimmt die Angelegenheit und die Angelegenheit, um die Angelegenheit zu verhindern. Sie wird auch versuchen, die Angelegenheit zu verwenden. Die Angelegenheit zu verhindern, Also wirklich recht wichtig, hm? Ich denke, es sind alle recht wichtig. Ach, der Demonstieler, den ich beim letzten Video gemacht habe. Sicherlich auch. Nun, Darlene! Wenn wir hier aus dieser Rock gehen, was du mit deinen Scharen machen willst? Ich sollte zurück zu Ganymede Aber wenn wir hier raus kommen, würde ich mir das durchführen, sehen, wo diese Monster kamen. Du merkst, wie alle sprechen, wie wir nicht hier rauskommen? Ja. Ja. Ich glaube. Du denkst, wir rauskommen? Ich denke, zwei Dinge. Ich denke, dass die meisten von uns rauskommen. Die meisten von uns? Und ich denke, dass alles passieren, es wird nicht einfach sein. урgebeziger. Wie kommen Sie raus aus? Wie kommen Sie raus? dass es andere andere gibt. Wie kommen Sie raus? Das ist weiter! Es ist wieder gucken. Das ist frei. Der von der arest. Ohohohoh, scheiße Also, wir haben hier die... Genau, wir haben Pooltraps Da ist die Bedeutung Rettung Da ist die Das ist die Ah, guttunnen. Oh, ich glaube die haben es gefangen. Oh, jetzt geht es. Schönen hierbleiben, hierbleiben. Ja, das ist ein bisschen schön. Ah, das ist der Arena. Das ist der Arena. Da ist der Deck. Läbchen hier, da ist er. Wir müssen irgendwie festhalten. Da haben wir ein Extrem. Wir gehen auch erst später hin zu kurz. Jetzt versuchen wir natürlich das Level zu erhöhen. So. Ja, hallo. Muten müssen wir die mal auch. Okay, ja. Wo ist Daisy? Daisy! Ah, wo ist das? Daisy! Da bin ich zwei. Daisy. Woah! Oh, 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 oh. Oh, oh, oh! Wo ist das denn? . . . . . . . . Ich bin der Fall! Ich bin der Fall! Aqua, keine Feuer! Wir müssen gehen! Jetzt! Yes! Haha! Nice T-Play, Jungs! Nice T-Play! Sehr schön! Na, große Chance haben wir nicht gehabt, ne? So polovalisch mit Jada! Genau! Mein russischer Freund, ge-na-au! Ja, gefällt mir! Ich finde den Trapper cool! Passt soweit! Ja, das war der Trapper! Und vielleicht bis zum nächsten Video! Vielleicht häng ich auch gleich einfach mal was ran! Ansonsten, man sieht sich!